Ich seh das immer ganz entspannt. You get what you pay, sag ich dann immer. Ich bin heute im schönen Münsterland zu Gast auf dem Betrieb von Christoph. Christoph ist 33 Jahre alt und mästet konventionell Schweine. Seit 2015 macht er bei der Initiative Tierwohl mit und fällt somit unter die Stufe 2 Stallhaltung Plus. Wie das aber in der Realität aussieht, das schaue ich mir jetzt an. Doch woran erkenne ich Tierwohl hier im Stall? Also für dich müsste es erkennbar sein, dass hier in dieser Bucht weniger Schweine drin sind, als gesetzlich vorgeschrieben. Hier haben die Schweine 10% mehr Platz. Und das sieht man auch. Also wir merken das deutlich im Tierverhalten auf jeden Fall. Theoretisch wären hier gesetzlich 17 Schweine drin, aktuell sind hier 15 drin. Es müssten 15 drin sein, weil es kann natürlich sein, dass hier 13 drin sind und auf der anderen Seite sind 17 drin, weil die über das Podest auf die andere Seite gelaufen sind. In der Haltungsformstufe 2 in der Schweinemast müssen den Tieren mindestens 10% mehr Platz angeboten werden. Dazu hat Christoph in den Stall ein Hochpodest eingebaut. Für mich sieht das aus wie ein Balkon. Ganz einfach gesagt ist es das wohl auch. Die Tiere haben mehr Fläche zum Bewegen und einen zusätzlichen Liegebereich. Ja, uns beschäftigt das eigentlich immer wieder, dass wir gucken, was können wir den Tieren geben, wo kann man ein bisschen was verändern, optimieren, um einfach ein bisschen mehr Tierwohl in den Stall reinzubringen, um halt auch so, ja, das Arbeiten macht mit weniger Tieren im Stall, auch mehr Spaß. Es ist übersichtlicher, man sieht schneller, wenn irgendwo es einem Tier nicht so gut geht. Also es ist einfach ein angenehmeres Arbeiten. Wie einfach, Christoph, oder wie schwierig war es, das Tierwohl hier zu etablieren in den bestehenden Stall? Also es ist nicht so einfach, jetzt einfach hinzugehen mit dem Hammer und die Wand rauszuklopfen. Wir haben einen krassen Zielkonflikt zwischen Tierwohl oder Tierschutz auf der einen Seite hier im Stall und Umweltschutz draußen, da haben wir den Wald vor der Tür und der auch sehr schützenswert ist. Und deshalb muss man hier immer einen sehr guten Mittelweg finden, zusammen in Absprache mit den Behörden, um da halt einen gesunden Mittelweg zu finden, um dass man so alle Belange bestmöglich irgendwo mitbekommt. Wie gehst du damit um, wenn Leute sagen, dass diese Stufe der Haltung noch kein Tierwohl ist? Ich sehe das immer ganz entspannt. You get what you pay, sage ich dann immer. Ja. Wenn ihr ein bisschen mehr ausgebt, dann können wir auch ein bisschen mehr machen. Aktuell beschäftigen wir uns mit dem ein bisschen mehr. Wir planen gerade einen Umbau von diesem Stall Richtung Haltungsform 3. Das heißt, dass wir den Schweinen hier im Stall auch einen Außenklimareiz anbieten können. Und ja, dadurch kriegen wir als Betrieb natürlich ein bisschen mehr und der Verbraucher und der Kunde bezahlt dann in der Theke natürlich auch für dieses Fleisch schon ein bisschen mehr. 2021 wird mit einer großen Verschiebung bei Schweinefleischprodukten von Stufe 1 zu Stufe 2 gerechnet. 35 Prozent der in Deutschland geschlachteten Mastschweine sollen somit von teilnehmenden Höfen der Initiative Tierwohl kommen. So wie Christophs Betrieb. Welche Käuferschicht sprichst du jetzt mit dieser Art der Haltung an? Mit dieser Art der Haltung sprechen wir eigentlich die Käuferschicht an, die zwar Wert auf einen bewussten Fleischeinkauf legen, aber jetzt nicht signifikant mehr für das Fleisch ausgeben wollen, aber trotzdem mehr Tierwohl im Einkaufswagen haben wollen. Also der Preisunterschied ist nicht signifikant, aber der ist schon ein bisschen mehr. Und das Tierwohl im Stall ist aber auch zum gesetzlichen Standard schon besser. Das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forza hat in einer repräsentativen Studie 2020 herausgefunden, dass 87 Prozent der Deutschen eine Kennzeichnung von Fleischprodukten befürworten. Knapp 50 Prozent der Befragten ist das Siegel Haltungsform geläufig. Und das Fleisch deiner Tiere bekomme ich dann auch im Supermarkt? Genau, wenn du in den Supermarkt an die Freistecke gehst, dann sind die Schweine beim Schlachthof geschlachtet, in Hälften zerlegt oder noch feiner zerlegt und dann anschließend in der Ladentheke beim Metzger oder im Discount. Christoph vermarktet seine Schweine fest an eine genossenschaftliche Viehvermarktung hier in der Region. Dort bezieht er die Tiere als Ferkel und vermarktet sie auch später als schlachtreife Tiere. Das Unternehmen verhandelt für Christoph auch den Erzeugerpreis, also den Marktpreis für beispielsweise das Kilogramm Schlachtgewicht am Schlachthof. Käme denn jetzt für dich auch eine andere Form der Tierhaltung in Frage? Eine andere Form der Tierhaltung kommt für mich auch in Frage. Wir sind eigentlich immer in so einem Prozess, wo wir uns mit der Tierhaltung oder der Art und Weise, wie wir Schweine halten, mit beschäftigen. Aktuell planen wir, wie ist das möglich oder wie können wir Außenklima in den Stall, hier in den konventionellen Stall reinbringen. Durch die Öffnung der Wände, dass man da irgendwie guckt, wie kann man so einen Außenklima-Reiz hier in den Stall reinbringen. Auslauf ist hier aktuell aufgrund der Lage von unserem Betrieb relativ waldnah. Aufgrund des Zielkonflikts zwischen Tierschutz auf der einen Seite und Umweltschutz draußen echt nicht so einfach, dass wir jetzt sagen können, pass auf, wir bauen hier einen überdachten Auslaufkran, streuen das vielleicht noch mit Stroh ein. Das will im Moment so die Genehmigungsbehörde, will das so nehmen. Was denkt ihr über die Haltungskennzeichnung und woran macht ihr Tierwohl fest? Diskutiert das in den Kommentaren und abonniert Landschaft Werte.